Honigperlen, Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der Dich bei Deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter, ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Du mit dabei bist. Triff diese sieben Entscheidungen und Du wirst glücklicher. Das ist der Titel meiner heutigen Podcast-Episode und ich freue mich, dass Du bei dieser bewusstseinsschärfenden Episode mit am Start bist. Das Resultat unseres Lebens ist das, was wir denken und wie wir handeln. Das hast Du bestimmt schon einmal gehört. Aber bevor wir beginnen, Gedanken und Handlungsmuster automatisch in unseren Alltag zu integrieren, gilt es, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen sind also die Vorboten oder anders gesagt der Boss unserer täglichen Muster, die dann zu 90% unbewusst ablaufen. Und das bedeutet, es ist essentiell, dass wir gesunde Entscheidungen treffen, die unsere Lebensfreude und unser Potenzial fördern. Sieben dieser kraftvollen Entscheidungen habe ich Dir heute als Inspiration mitgebracht. Und vielleicht kennst Du die ein oder andere bereits, aber kennen heißt oft nicht, dass wir es schon können. Das heißt, wir haben es vielleicht schon gehört, aber noch nicht in unser Leben integriert. Lass diese Podcast-Episode heute Dein Reminder sein, die ein oder andere Entscheidung in Dein Leben zu integrieren. Entscheidung Nummer 1, die uns glücklicher macht, ist die Entscheidung für Dankbarkeit. Die meisten Menschen fokussieren sich auf das, was sie nicht haben. Und die Folge ist Groll, das Gefühl von Ungerechtigkeit und ein stetiger Mangel an Freude. Und zudem gibt es das altbekannte Gesetz der Resonanz. Vielleicht hast Du das schon einmal gehört. Und dieses Gesetz sagt aus, wir bekommen immer mehr von dem, woran wir denken. Sprich, wenn wir ständig an unseren Mangel denken, ziehen wir mehr und mehr Mangelzustände in unser Leben. Umgekehrt, wenn wir hingegen öfter an das denken, das in unserem Leben bereits gut läuft, das wir mögen, das wir schätzen, dann ändert sich nicht nur unsere Stimmung und unser mentales Wohlbefinden, sondern das Leben belohnt uns auch mit noch mehr Füllegeschenken. Kurzum, Mangelgedanken ziehen Mangelzustände in Dein Leben und Füllegedanken ziehen Füllezustände in Dein Leben. Und jetzt musst Du noch nicht mal an das Gesetz der Resonanz glauben, damit sich das bewahrheitet. Denn Du trägst natürlich Deine Gedanken durch Handlungen, durch Worte, durch Mimik und Gestik nach außen. Und wenn Du immer Mangel nach außen trägst zu den Menschen, zu den Situationen, in denen Du Dich aufhältst, dann bekommst Du logischerweise von Deiner Umwelt auch immer einen Mangel zurück. Und genauso funktioniert das umgekehrt mit der Fülle. Wir bekommen also mehr Gelegenheiten, um positive Dinge in unser Leben zu begrüßen, wenn wir Dankbarkeit zelebrieren. Dankbarkeit bedeutet nichts anderes, als dass Du Dein Augenmerk auf all die Dinge und Menschen lenkst, die in Deinem Leben gut sind, in die Du schätzt. Und dabei kann Dir das gute alte Dankbarkeits-Tagebuch helfen. Schnapp Dir einen Notizblock und schreib Dir jeden Abend mindestens drei Dinge auf, die Dich im Verlauf des Tages dankbar gestimmt haben. So einfach, aber gleichzeitig so effizient ist dieses altbewährte Werkzeug. Denn diese tägliche Routine verändert Deine Gedankenmuster weg von Mangel hin zur Fülle. Entscheidung Nummer 2. Entscheide Dich für Vergebung. Vergebung ist eine der kraftvollsten Entscheidungen, die Du treffen kannst, nicht nur für andere, sondern vor allem für Dich selbst. Wenn Du alten Groll, Wut und Enttäuschung festhältst, dann trägst Du eine emotionale Last mit Dir herum, die Dir permanent schadet. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Vergebung sowohl Deiner körperlichen als auch Deiner mentalen Gesundheit extrem gut tut. Sie reduziert inneren Stress, verbessert den Schlaf und stärkt das Immunsystem. Vergebung bedeutet nicht, das Verhalten anderer zu entschuldigen, sondern Dich selbst von den negativen Gefühlen zu befreien, die Dich ständig belasten. Lass los und gib Dir die Erlaubnis, Frieden zu finden, mit anderen und vor allem mit Dir selbst. Entscheidung Nummer 3. Entscheide Dich für gesunde Beziehungen. Unser Umfeld hat einen enormen Einfluss auf uns und auf unser Wohlbefinden. Es färbt sogar nachweislich auf uns ab. Daher umgib Dich mit Menschen, die Dich unterstützen, die Dich inspirieren und an Dein Wachstum glauben. Gesunde Beziehungen basieren auf gegenseitigem Respekt, auf Vertrauen und auf positiver Energie. Das heißt, nach einem Treffen solltest Du Dich energiereicher fühlen und nicht energielos. Sie nähern Dich und lassen Dich erblühen, anstatt Dich auszubrennen. Das sind gesunde Beziehungen. Entferne Dich von toxischen Verbindungen, die Dich runterziehen oder die Dich klein oder wertlos fühlen lassen und entscheide Dich bewusst für Menschen, die sich auch für Dich entscheiden, die Dich ermutigen, Dein authentisches Selbst zu leben und Dir Raum für Deinen persönlichen Wachstum geben. Die folgende Frage kann Dir dabei behilflich sein, alle aktuellen Beziehungen und Freundschaften rasch einzuordnen. Und sie ist ganz einfach. Sie lautet, gibt mir die Beziehung mehr Energie oder nimmt sie mir mehr Energie? Entscheidung Nummer 3. Entscheide Dich dafür öfter, die Komfortzone zu verlassen. Am Ende unserer Tage bereuen wir meist nicht das, was wir gemacht haben, sondern das, was wir niemals gewagt haben. Natürlich dürfen wir es uns immer wieder eine Zeit lang in unserer Komfortzone gemütlich machen. Das ist wichtig, das brauchen wir. Das ist auch eine Erholung, die wir notwendig haben. Aber gleichzeitig sollten wir uns regelmäßig Aktivitäten oder Ziele, die wir verfolgen wollen, überlegen, die außerhalb unserer Komfortzone liegen. Das führt zu einer gesunden inneren Aufregung, die meist gleich eine ganze Ladung an Glücksgefühlen mit sich bringt, wenn wir die Herausforderung gemeistert haben oder wenn wir es geschafft haben. Außerdem öffnen wir so immer wieder unsere Augen für Neues und bekommen mehr Chancen und mehr Möglichkeiten in unserem Leben. Wer hingegen nie etwas Neues ausprobiert, der landet schnell in der Lethargie und verliert den positiven und den neugierigen Blick aufs Leben, der zuständig ist für unsere Motivation und einige unserer Glückshormone. Nummer 4. Entscheide Dich für persönliche Entwicklung. Wahre Erfüllung entsteht durch Wachstum, geistig, emotional und spirituell. Persönliche Entwicklung bedeutet, Dich bewusst dazu zu entscheiden, ein Schüler des Lebens zu bleiben, unabhängig von Deinem Alter oder Deinem Status. Eine Entscheidung für persönliche und mentale Entwicklung ist immer auch eine Entscheidung gegen die Komfortzone und das braucht Mut. Aber dieser Mut wird meist schnell belohnt mit erstaunlichen Erkenntnissen, die Dir mehr Klarheit bringen, die Dir Deinen Weg zum Glück klarer aufzeigen oder wichtigen Skills, die Dir dann zum Beispiel da behelfen, Dein staatshaften Muster aufzulösen und zurück zur Leichtigkeit zu finden. Und da bist Du ja gerade mittendrin, indem Du Dich auf den Klick dieser Podcast Episode entschieden hast, hast Du wieder etwas für Deine persönliche Entwicklung getan. Nummer 5. Entscheide Dich für Dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl ist ein mächtiger Ratgeber, der oft klüger ist als Dein Verstand. Wissenschaftlich ist erwiesen, dass unser Unterbewusstsein schneller und präziser Informationen vorbereitet bzw. auch verarbeitet als unser rationales Denken. Wenn Du lernst, auf Deine Intuition zu hören, öffnest Du Dich für Entscheidungen, die in Übereinstimmung mit Deinem wahren Selbst stehen. Statt Dich immer auf die Meinung anderer zu verlassen oder logische Analysen zu übertreiben, vertraue lieber einmal Deinem inneren Kompass. Dein Bauchgefühl weiß wirklich um einiges mehr, als Dir bewusst klar ist. Dein Bauchgefühl weist Dir den Weg, der für Dich richtig ist, auch wenn es manchmal gegen den Strom ist. Nummer 6. Entscheide Dich fürs Wiederaufstehen. Ich erinnere mich noch, als ich 2016 anfing zu bloggen. Damals habe ich zeitgleich mit einer Freundin begonnen. Beide Blogs liefen die ersten Monate in etwa gleichermaßen schlecht. Meine Freundin ließ es aber nach einem halben Jahr wieder sein. Ich aber nicht, trotz Misserfolge habe ich weitergemacht. Ich bin aufgestanden und habe dazugelernt, immer und immer wieder. Und das Resultat heute sind mehrere Millionen Follower, die ich inspirieren darf. Mehrere Spiegel-Bestseller. Und natürlich der absolute Traum, dass ich meine Berufung dadurch leben darf. Also, Erfolg ist kein Zufall und selten ist er eine geradlinige Straße oder ein geradliniger Weg. Die Fähigkeit, immer wieder aufzustehen, nachdem man gefallen ist, macht den großen Unterschied aus. Egal wie oft Du scheiterst, was zählt ist, dass Du weitermachst. Lass Dich nicht von Rückschlägen entmutigen. Erfolg bedeutet, sich zu entscheiden, nach jedem Sturz erneut aufzustehen und mutig weiterzugehen. Nummer 7. Entscheide Dich für Dich Eine der mutigsten und wichtigsten Entscheidungen, die Du treffen kannst, ist die Entscheidung für Dich selbst. Und das bedeutet, Dich an die erste Stelle in Deinem Leben zu setzen, Deine eigenen Bedürfnisse und Deine Wünsche ernst zu nehmen und die Verantwortung für Dein eigenes Wohlbefinden gänzlich zu übernehmen. Viel zu oft opfern wir uns für andere auf und vergessen dabei, dass wir nur dann wirklich für andere da sein können, wenn es uns selbst gut geht. Denk daran, Selbstliebe ist kein Egoismus. Es ist die Basis für ein erfülltes Leben. Entscheide Dich bewusst dafür, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und wenn es notwendig ist, Dir selbst den Raum und die Zeit zu geben, die Du brauchst, um aufzudanken. Ja, mit diesem letzten Hinweis verabschiede ich mich für heute auch schon und hoffe, ich durfte Dich in Deinen täglichen Entscheidungen ein klein wenig inspirieren. Ich würde mich herzlich freuen, wenn Du meinen Podcast schon öfter gehört hast oder einfach jetzt Lust drauf hast, wenn Du mir auf Spotify oder auf iTunes eine liebe Bewertung hinterlässt. Herzlichen Dank, Deine Melanie.